Im Nachgang zum sechsten Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison gebe ich euch in diesem Video mal noch meine Eindrücke mit zum letzten Spiel der Borussia aus Dortmund, die ja bei der TSG aus Hoffenheim mit 3 zu 1 gewinnen konnten und das Spiel war aber nicht ganz so überzeugend, wie es das Ergebnis vermuten lässt und deshalb einfach mal kurz anhand einer kleinen Taktikanalyse so meine Eindrücke zum Spiel, was gut lief und was auf jeden Fall noch verbessernswert ist. Zunächst einmal hatte man im tiefen Aufbau, also im eigenen Drittel, sag ich jetzt mal, beziehungsweise der eigenen Hälfte weiterhin einen 4er Aufbau, also auch so wie man nominell gestartet ist, mit Matcha, der sich oftmals fallen lassen hat, neben Özcan, also meistens ein 4-2 Aufbau, auch Reus oder Brandt haben da oft geholfen und vor allem zu Beginn hat es echt gut funktioniert, man hat sich gut nach vorne spielen können und ist dann dementsprechend auch zu Chancen gekommen, wobei man dann eben in die Offensiv-Formation übergegangen ist, bei der es dann doch eher eine Dreierkette war, wie man ja auch zuletzt schon im Aufbau gespielt hatte, eben mit Rami Benzebaini als linkem Innenverteidiger, Schlotterbeck zentral und rechts Hummels, wir sehen es jetzt hier, also in dem Fall ist es tatsächlich so eine Art 3-1-6, Özcan als ja alleiniger Mittelfeldspieler, sag ich mal, auf der 6, wobei die äußeren Innenverteidiger schon deutlich aufrücken, warum das der Fall ist, sag ich gleich, denn wir sehen es auch bei Hoffenheim, da ist es ein klares 5-3-2 gegen den Ball und vor allem hat halt Dortmund mit den 6 Offensiven in der letzten Kette Hoffenheim überladen, die haben da eben nur 5 Spieler, dementsprechend ist es auf jeden Fall sehr mutig vom BVB, gefällt mir aber definitiv der Ansatz, so bindet man eben die gegnerischen Spieler recht tief und kreiert Raum für die restlichen Mitspieler, in dem Fall ist es halt eben so, dass die äußeren Achter aus der Mittelfeldreihe von Hoffenheim gebunden werden und dementsprechend wird eben mehr Raum kreiert, zentral bzw. in den Halbräumen für die äußeren Innenverteidiger, um dann halt eben dahin anzutribbeln, hier ist es eben Benze Baini, ging aber auch auf der anderen Seite mit Hummels, die natürlich auch ein dementsprechend gutes Passspiel haben und so kann man dann eigentlich recht gut vorne auch zu chancen, zumindest in der Anfangsphase ist er auch dann folgerichtig in Führung gegangen, allerdings gab es dennoch auch noch Probleme im Dortmunder Spiel, denn so hat Hoffenheim das Pressing intensiviert und ja, dann kam natürlich ein altbekanntes Muster, denn das große Problem vom BVB unter Terzic ist, dass man zwar häufig, wie gerade gezeigt, gut in das Spiel startet, dank eines meist guten Matchplans von Terzic, wie eben auch in dem Spiel, habe ich ja gerade erklärt und es hat auch zunächst gut funktioniert, aber sobald der Gegner darauf reagiert und sich ein bisschen anpasst bzw. dann auch höher anläuft, dann hat man spielerisch quasi gar keine Lösungen mehr und besinnt sich dann quasi nur noch auf das Verteidigen und so ein bisschen das Kontern, aber im eigenen Ballbesitz wird man dann so ein bisschen zurückhaltend und spielt sich oft nicht mal wirklich mehr hinten raus und das war dann auch in dem Spiel ein Problem, vor allem in der zweiten Halbzeit, Hoffenheim kommt richtig gut aus der Pause, danach hat man es eigentlich recht gut verteidigt bekommen, aber das kann halt nicht der Anspruch vom BVB sein, wenn sie eben ganz oben mitspielen wollen, in der zweiten Halbzeit nur noch zu verteidigen hat in dem Spiel jetzt zwar funktioniert, ist aber definitiv nicht nachhaltig, vor allem wenn man auf spielstärkere Gegner trifft, ist jetzt gar nicht mal so wirklich mit der Qualität zu begründen, einfach ob die gegnerischen Teams gut drauf sind, was das Spielerische angeht, wenn die da entsprechende Abläufe einstudiert haben, dann finden die da Lösungen, die Dortmunder zu bespielen und dann kann es auch nach hinten losgehen, dass man selbst nicht mehr wirklich viel nach vorne macht und nichts mehr auf die Reihe bekommt, da würde ich zum einen Terzic in die Kritik nehmen, wie gerade gesagt, aber auch die Spieler, also was die dann oft zeigen, wenn man vorne liegt und dann nur noch verteidigt, finde ich ein bisschen wenig für die Ansprüche des BVBs, aber ja, das ist ein Problem, das ist jetzt eigentlich schon länger bekannt, aber es wird halt nicht behoben und dementsprechend muss man es weiter ansprechen und auf Besserung hoffen. Dann kam natürlich auch noch der Platzverweis von Rami Benzebaini, ob das gerechtfertigt ist, will ich ja gar nicht beurteilen, jedenfalls spielt der BVB dann zunächst im 4-4-1 und Hoffenheim kam da eigentlich gar nicht mal wirklich zu Chancen, dennoch hat Terzic für mich so ein bisschen überraschend auf eine 5er-Kette umgestellt und zunächst sah es eben so aus, ein 5-2-2, was absolut katastrophal ist, weil zuvor ein 4-4-1, da hast du 4 im Zentrum und dann mit nur 2 im Zentrum gibst du eigentlich das komplette Zentrumpreis und die Gegner können dann sich eigentlich recht leicht Chancen rausspielen. Zum Glück hatte das keine Folgen und man hat es dann auch nach ein paar Minuten umgestellt auf ein 5-3-1, was dann im Zentrum deutlich kompakter ist und man hat es dann auch gut über die Zeit gebracht. Am Ende dann eben der Konter noch von Riason, der generell ein überragendes Spiel gemacht hat, mit einem Tor, 5 von 6 gewonnenen Zweikämpfen, einer herausgespielten Großchance und das Ganze auch egal, ob von rechts in einer 4er-Kette oder von links in einer 5er-Kette, der Mann zeigt einfach Mentalität, auch wenn er nicht der qualitativ beste Spieler ist, aber auf jeden Fall, solche Spieler braucht man, wenn man so spielt, wie es der BVB tut und sie waren erfolgreich. Ich habe jetzt die Probleme dargestellt, kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden, lasst sie mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, schreibt rein, was ihr vom Spiel denkt und ob ihr mir zustimmt oder nicht. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!